Ja, ja, so sieht das hier aus. Willkommen in Washington, glaube ich. Ich habe es nicht mehr auf den Schirm. Ja, ein Gebäudebrand. Schicken wir schnell jemanden hin, das ist überhaupt kein Problem. Oh, eine neue Meldung. Was geht hier ab? Ein Feuer-Alarm. Boah, das ist eine Riesenstadt hier. Aber auch das kriegen wir hin. Also das vor ein paar Folgen mit den Erdbeben war bis jetzt noch das Geilste, muss ich sagen. Das war wirklich Hammer. Reporting. I copy. Going there. 911, what's your emergency? Hello? Mr. Sampson is dead. Miss, who are you? I'm Jenny Willis. I work at the office of Senator Sampson as an assistant. I thought he went home. The lights were off in his office. Jenny, what's the address? It's... Okay. Please, try to calm down and describe the situation. He's hanging from the ceiling. Oh my God. Why would he kill himself? Okay, Jenny. Jenny, don't touch anything, please. And just wait until the police get there. I would never do that. This is too much for me. Can I leave the room? Oh my God! What happened? He's moving. Jenny, what do you mean? Did he start breathing? No, he just started swinging. Swinging. Swinging? Jenny, could you check and see if any of the windows in the room are open? One second. One of the windows is slightly open. Are you there? The police will investigate that. Leave the room and wait for emergency services. They're already on the way. Okay. Please hurry. Ja, das ist ja auch eklig. Ja, hier haben wir alles in den Griff. Sehr schön. Das funktioniert ja. Oha, oha, oha. Haben wir den Hubschrauber? Der ist ja in Einsatz. Ne, den haben wir hier. Zum Glück haben wir den Hubschrauber. Ohne den wären wir hier aufgeschmissen, glaube ich. Man sieht, wie optimal er da einfach direkt hin kann. 10-4. Ein betrunkener Fahrer. Hier ist ein Kampf. Den Hubschrauber schicken wir mal. Wenn die bewaffnet sind, könnte das sein, dass die Hilfe brauchen. Ja, und die bringen ihn zum Krankenhaus. Das ist sehr schön. Was haben wir da? Bewaffneter Angriff. Ein Verdächtiger. Das sollten die hinkriegen. 911, was ist deine Erdächtigung? Hallo, es ist ein Auto-Krash. Oh. Wo hat die Kollision passiert? Um... 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 You know, who caused the accident? Uh... I wish to lie neighbour about that. Could you send the police. Let's figure it out. Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both completely destroyed. Alright, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Run to the breach on the ass 5775. So, dann können wir die Feuerwehr gleich there hinschicken. Ein Herz entfasst. Das ist ein Fall für den Hedi. Ja, die Feuerwehr muss natürlich die Fahrzeuge da irgendwie wegschaffen. Von uns ist keiner verletzt zum Glück. Rote Ampel, das kriegen wir noch hin. Okay, die brauchen immer noch einen Krankenwagen. Und da sollten wir uns beilen, damit die Einsatzkräfte frei werden. Dann haben wir hier einen Autodiebstahl. Den sollten wir irgendwo hinkriegen. Und einen Stalker. Wow, ne Schlägerei. Also hier geht's gut zur Sache. Also nicht schlecht. Ein Herzinfarkt. 9-1-1, what's your emergency? Hello? Uh, I would like to report a robbery. Where did this happen? Around... Do you have any injuries? No, I think we're fine. How long ago did this happen? Yesterday evening, on my way back home. The 9-1-1 line is for immediate emergencies, not for something that happened in the past. But I took my wallet and my phone. I want you to go to your nearest police station and report the crime there, okay? Okay. Alright, whatever. Das denke ich aber auch. Ja, wir haben alles in den Griff hier. Hier läuft alles. Die Raumverstärkung. Und den Verletzten auch. Ja, ein Raser. Das ist jetzt so ziemlich das Letzte, was wir jetzt gerade brauchen. I'm listening. Understood. Waiting for orders. I open the air to destroy. Right away. Gebäude brand. Immediate transport. Waiting for instructions. Heading over there. Shots fired. Requesting backup. Ready for the next case. Reporting. Heading over there. Was passiert hier? Was passiert hier? Das gibt's doch gar nicht. Standing. 10-4. Injured on board. So, Verstärkung ist da. Und was passiert hier? Warum brauchen wir hier so viel Feuerwehr? I copy. Going there. Reporting. On my way to the hospital. Reporting. 10-4. Reporting. On my way. Ja, wir haben alles im Griff. Auch wenn wir jetzt nicht mehr uns alles angucken. Ohr, Detail. We are ready. Den Hubschrauber würde ich gerne mit hier haben. 9-1-1. What's your emergency? Hi. There's an unconscious man here. Where are you calling from? Around... Is he breathing? Yeah, I think he's breathing. Does he have any visible injuries? There's blood on his face and he has a black eye. Is it possible he's drunk? No, he doesn't look drunk. I'm sending an ambulance. Okay, thanks. So, da drüben kümmern wir uns auch. Es poppt hier immer mehr auf. I copy. Going there. Wir haben hier auch leider die Rettungswagen alle oben. Das heißt, die brauchen schon ein bisschen nach unten. Was haben wir denn hier? Gewalt in der Familie. Das ist ja unglaublich. Es poppt hier immer mehr auf. Eine laute Party. So, und ich glaube, wir sollten jetzt alle Felder bedient haben. Der kann da gleich hinfahren. Und hier brauchen wir die Feuerwehr. Waiting for orders. Understood. Und gleich nochmal einen Krankenwagen. Standing by. 10-4. We are ready. 10-4. Hier, die Feuerwehr. Meine Güte, das ist ja jetzt wird's lustig. Aber wir schaffen das. Unsere Schicht ist eh zu Ende. Also, das kriegen wir noch hin. Ich wusste, dass noch ein Anruf kommt. Pardon? Help! My kitchen is on fire! Oiee! Ja, natürlich ist da nichts in dir. What's on fire? My toaster! And the fire is spreading! Okay, you have a fire extinguisher. Yeah. Oh, dann benutze es doch. Use it to put out the fire. Okay, wait! Huh? Okay, so this is too loud! Okay, so this is my seat! Okay, so this is my seat! Okay, so this is my seat! Okay, so this is my seat. Okay. I can't go see it. Okay. Äh, bist du sicher, dass du das abbrechen möchtest? Stornieren. Tolle Bezeichnung. Dann haben wir hier ein Autodiefstahl. Ja, und dann würde ich sagen, geht der noch hier hin und der muss leider da ganz fahren. Aber dann müssten wir es jetzt auch haben. Also eigentlich ist die Zeit jetzt ja um. Es dürfte nichts mehr aufploppen. Ah, da ist noch ein Feuer. Oh, das war doch übersehen. Ja, prinzipiell sollte das halbwegs gut überstanden sein hier. Hier müssten die Feuerwehr noch ein bisschen ausstatten. Ja, sehr schön. Das funktioniert. Dass man vielleicht als Verbesserungvorschlag noch machen könnte, dass man diese Punkte besser sieht. Grün einfach bereit und blau in Einsatz oder so. Oh, das wäre noch, obwohl man sieht es auch so eigentlich, aber... Ja, wir sollten jetzt alles haben, ne? Wir spulen mal vor. Sehr schön. Boah, nicht schlecht. Safe Driving Middle. Okay, ich habe mal Erfolg bekommen. Keine Ahnung. Ja, wurde schwer verletzt. Also wir haben auch einige Verletzte. Das ist wirklich schlecht. Aber wir dürften nichts Rotes haben. Haben wir auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen jetzt mal gucken. Also der Feuerwehrwagen ist ja schon mal total ausgefallen. Denn wir benötigen zwei Feuerwehrleute schon mal. Einmal. Und ganz ehrlich, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann gucken wir mal. Equipment müssen wir für die Besorgung. Polizisten brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Da haben wir genug. Obwohl, naja, gut. Genug ist natürlich relativ. Denn die fahren natürlich dann alleine. Die Frage ist, was für Polizisten gibt es hier noch? Ja, fahren muss er ja nicht. Ja, wir haben nur zwei gute gefunden. Und ganz ehrlich, so eine 0815 Bobby will ich hier eigentlich nicht drin haben. Treffsicherheit von, naja, es ist egal. So, die bekommen alle ihre Pistole. So, und jetzt müssen wir definitiv Equipment. Wir müssen Westen holen. Wir brauchen hier schon sechs, sieben, acht, neun, zehn Westen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und schon ist gut Geld weg. Macht aber nichts. Und jetzt, es dient ja der Sicherheit. Und wir müssen da dringend was gegen tun, dass unsere armen Polizisten hier niedergemacht werden. Wir müssen mal gucken, ob wir die eine oder andere Waffe halt vielleicht sogar noch ersetzen können. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die ihre Waffe hier abgibt, bekommt dafür die Schrotflinte und die gibt ihre Waffe ab und bekommt dafür ein Maschinengewehr. So, dann sind die Polizisten schon mal komplett fertig ausgestattet. Dann müssen wir gucken, die Ersthelfer, die sind eigentlich auch gut dabei. Ich würde jetzt als allererstes wirklich... Eins, wie viel haben wir denn? Vier Wagen, ne? Wir haben genau vier Wagen. Zwei, drei, vier. Ich finde schon, das braucht man, das müssen die haben. Nur so kommen die natürlich voran. Ja, so ein Bomben, da kann bei gefährlichen Objekten helfen, wodurch Beamte... Wir können ja mal einkaufen. Wir kaufen mal einen. Wer kriegt denn das? Eigentlich die Polizei dann, ne? Boah, wo machen wir denn das? Hier, machen wir da. Hä, willst du mich verarschen? Warum geht die Waffe hier nicht raus? Hä? Ist ja auch egal. Ja, dann kriegen die das. Das passt schon. Die haben alle ihre erste Hilfe. Jetzt brauchen die noch einen Defri. Wo ist der Defi? Die sind natürlich teuer, aber was soll's? Wem interessiert Geld, wenn wir hier im Namen der Sicherheit sprechen? Ja, haben auch alle, sehr schön. So ein Polizeihund wäre eigentlich auch nicht so schlecht, aber wohin damit? Die Feuerwehr hat die Anzüge, zumindest ein Teil, also könnten wir nochmal 1, 2, 3, 4 vielleicht holen, dann könnten wir die anderen auch nochmal einkleiden. Ach ne, die hatten ja hier nur die Dings, ja, jetzt haben sie übrigens mal Schutzanzüge, wir haben noch ein bisschen Geld, 1, 2, 3, 4, geht genau sich aus, dann sind die auch ein bisschen besser geschützt. Ja, 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 ganz entspannt. Ja, dann kriegen die das und der, dann bräuchte ich noch einen für den, kriegen wir leider nicht hin. Gut, dann haben wir's, Schicht Nummer 2. Bis zum nächsten Mal.